Wahnsinn, ist das geil! Das sind die Container auf dem Weg zum Opernplatz. Das ist so super toll, toll! Also echt Wahnsinn! 5. Februar 2010, das ist echt wahr geworden, unglaublich! Und das ist das einzige Autobahnkreuz von Burkina Faso. Auch das noch ein Autobahnkreuz mitten in der Wüste. Ich stehe jetzt an der Mautstelle nach Uagadugu. Und hier kommen die LKWs vorbei auf dem Weg zum Operndorfplatz. Es sind insgesamt 13 Container auf 10 LKWs. Das ist echt klar, alle sind unterwegs. Von Deutschland verschifft, dann gelandet in Toro. Und jetzt hier angekommen in Uagadugu, war ein langer Weg. Jetzt fahren die zum Operndorf. Auf Operndorf wird das aufgebaut. Und dann erzähle ich gleich mal, wenn ich am Platz bin, was da passiert. Bis bald!